hallo und herzlich willkommen ich bin heute auf direkt nach dem ticket und heute habe ich das spiel guise of heroes ich werde erst mal starten heruntergeladen habe ich schon mein account habe ich auch und ja ich darf da nur nicht mit musik spielen aber ich hab da ja eine verwarnung gekriegt ich hab da eine verwarnung gekriegt wegen der musik da musik aus jetzt kann ich sound wieder machen gut dann geht es jetzt los das bin ich nur von damals vor langer langer zeit ja ich hatte schon mal runtergeladen und spüren ist das erneuern gratis und spielen er 8 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 los Prozent 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 Ich hoffe, meine Tasche ist leer. Ach, meine Tasche ist voll. Mist. Oh, meine Tasche ist voll, also der Run-Up. Ansonst... Verstand. Oh, du müsstest besser als meine. Hm. Geht nicht. Ach, ich habe nur 55. Oh, Mist. Äh, ich habe nur 51. 55 kostet das. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Und da ist der Händler. Boost. Wohnenbegleiter verkaufen. 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 Erstmal die nur verkaufen. Und gehe ich jetzt hier rauf. Der hat 13. Der hat 13. Der ist 17. Wo ist der ein stärker? Hm. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Hm, das verstehe ich noch nicht. 55er Rüstung, 49er. Ok, verkaufen. Oh, ich hab abwerfen gedrückt. Hab ich nicht eine Truhe? Ah, das krieg ich wahrscheinlich später erst. Ok, verkaufen wir alles. Sauber, da? Oh. 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 ok was aber hier fünf punkt und da ok ok und hier Note, das war ja dann glaube ich mal alles. Und dann gehen wir wieder in der Wildnis, das haben wir ja durch, das haben wir ja durch. Das haben wir durch. Und jetzt aber hierbei. Jetzt muss ich auch noch bezahlen dafür. Na ja, Gold habe ich ja genug. Und dann nehmen wir jetzt anheuern. Und spielen. Er muss wohl mehr wie 700 Gold machen. Ja. 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 Ich hab mir erst den Trank genommen. Kommt drauf angeflogen. Verstehend. Alles nehmen. Okay. Statt gehen. Meine Taschen leer machen. Schaut, ob sich das rentiert hat. Äh, bislang noch nicht. Oder? Doch, ich hab ja mit 4,7 glaube ich angefangen. Wenn nicht, ich muss doch hier verkaufen. 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 Was ist das? Naja, verkaufen. Gut. Gut. noch ein weiter der ist schon fertig schön extrem ok Okay komm, dauern viele Minuten, kein Problem. Mal schnell die nächste Runde. Ein Magier, komm wir nimm mal einen Magier mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Level Aufstieg, ich bin Level 8 Yep Eine Truhe, eine Truhe! Wo ist die Truhe? Da ist die Truhe. Die Hose ist besser als meine. Was? Schauen wir mal. Ja, ich weiß darum, aber erst möchte ich wieder nach Stadt runter. Meine Taschen wieder leer machen. Ich war jetzt bei 5.500 habe ich gekriegt. Ja. Was soll ich denn hier machen? Ah, ok. Hm. Keine Vorhinein. Ah. Gut. Denken wir hier wieder zum Händler. Und. Verkaufen. 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 Ich möchte keine grauen Sachen haben. 55. Mir egal, ob sie besser ist. Oh. Was ist das für einer? Keine Ahnung. Ich habe es nicht gelesen, was du hast. Jetzt Pero. Ah. Schön. Auf." Okay, und dann wollen wir jetzt den hier extrahieren. Anlegen. Was ist das? Erhöhtere Gesundheit. Das muss verkauft werden. Was kann ich bei denen jetzt noch machen? Nichts. Dann werden wir die nochmal verkaufen. Brief. Verstanden. Schmied. Ich habe so viele Tränke. 1005. Ja, erstmal muss eine kleine leer. Ich bin gespannt. Was passiert jetzt? Ich bin gespannt. 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 Hm, schon durch, ist so ein Mist. Ich möchte den probieren, ach, ich habe doch meine Tasche noch gar nicht leer gemacht. Ja, ich möchte den Schrauben ab, ich möchte den Schrauben ab, ich möchte den Schrauben ab. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das kann ich nehmen. Passt du da nicht rein? Doch. Den will ich nicht. Fertig. Fertig. In Ruhe. Wann krieg ich den? Ich hab Level 9. Bin Level 8. Brauchte ich keinen noch mehr. Ja. 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 Also mehr. Ja. 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 plate. Aja. Ja. Hm, von in. Was muss ich jetzt noch machen mit den Runen? Das ist der Runenmeister, ok, das habe ich jetzt verstanden. Erhöht meine maximale Gesundheit. Erhöht seine Trefferrate. Aber so, hier. Und den auch noch da rein. Verstanden. Zurück. Ah. Achso. Ok, jetzt habe ich es verstanden. Aber keine passende Rune dafür. Schade. Gut, dann verkaufen wir noch den ein. Bogen. Ist er noch unten. Egal, verkaufen wir den erstmal. Schmied. Upgraden. Oh, jetzt muss ich sechs Sachen einsetzen. Dann mache ich noch einmal die eine Runde hier. Alleine. Braucht Platz in der Tasche. Alleine. Alleine. Ich habe es noch nicht geholfen. Nichts. Wie können wir den Huck prova nicht mehr machen. Gebifall wird. Wie ist es eigentlich zu々, dass du auch nicht in die Huck. Es ist aber gut. Es ist nicht, dass du da�chst. issementst du auch nicht in die Huck. Wenn das dann aber noch mal von der Huck. Wie ist denn? Wenn, sollte ich die Huck. Wenn das dann bestimmt zum Aufmerkann gemacht, weiß nicht, dass du. Das ist das. Oder du. Dass du dich in den Huck. Dann bin ich nicht. Ich habe es mir Probleme. Daseine. Weil ich andere Huck. Wenn du das dann dabei, da hast du Lass. ... ... ... ... ... ... ... ... Okie-dokie... und so ist schon mal ein platz mehr Oh, da. Oh, da. Go, go. Und dann sind wir gleich fertig. Super. Alles nehmen. Und zurück zur Karte. Dann gehen wir jetzt noch einmal in die Stadt. Machen die Taschen leer. Oh, ein neuen Erfolg. Schatzsucher 500 XP. Dann werden wir noch einmal jetzt die Sachen verkaufen. Ich möchte keine grauen Gegenstände anhaben. Okay. Warum habe ich doch nicht die Truhe? Welches Level habe ich denn? Level 13. Spieler wird mit EP Level 9 freigeschaltet. Speicher. Ich bin doch schon EP Level 9. Nein, noch nicht. Das war ich gerade gar nicht. LOL. Komm. Wir wollen noch einmal 9 werden. Level 9. Komm schon schneller. Wie viel fehlt eigentlich noch? Für das 9. Level? Oder gibt es mehr EPs wenn man zusammen mit anderen Leuten kennt? Ja. Auf jeden Fall geschafft das jetzt. Sowieso erstmal. Und noch genug Heiltränke. Go, go, go. Und noch nicht. Auf jeden Fall. 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 Ach guck schon. Go, go, go. No, 3 von 5 Plätzen Or der dritte von 5 Plätze. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, dass ein Lippt war. Jawoll! Verstanden. Alles nehmen. Und zurück zur Karte. Jetzt gehen wir in die Stadt rein. Level 9. Lass mich Level 9 sein. Juhu! Level 9! Mein Speicher ist frei. Wie viel Platz passt? Fünf Sachen, super. Aber egal. Immerhin. Den nehme ich auch. Was macht der eigentlich? Wenn ich fahren möchte, ist das super. Juppie! Du-du-du-du-dua-l. ErfolgFrage-Schein. Fünfhundert. da. Verkaufen, 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 auch verkaufen, den auch, den auch, den auch. Ist das ein Stab? Stab, da muss ich so zu dem Typ runter gehen, ne? Wenn ich den einsetze, kann ich dann immer noch? Ja. Verstanden. Okay, ich habe es verstanden. Jetzt habe ich schon sehr viel Plätze und ich kann immer sehr viel mitnehmen. Super. Ja, ich würde mal sagen, das war es für heute. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen lange gespielt jetzt. Halbe Stunde, glaube ich, ist das jetzt. Ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut. Naja, egal. Ich verlasse das Spiel, hole mir mein Ticket ab. Warum bin ich da bei Google Play drin? Gut, mein Ticket ab und unser Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du bei mir bist. Bis dann wünsche ich mich viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.